Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute haben wir für euch vier Videos, wo Menschen, Tieren etwas zu nahe kommen. Legen wir direkt los mit dem ersten Video. Ein paar Australier sind hier auf ihrem Boot unterwegs und einer von ihnen entschied sich dafür mal, mit seinen bloßen Händen einen Hai zu fangen. In diesem indischen Haus trieb sich seit längerem ein Leopard auf dem Dachboden rum. Das Problem wurde nun gelöst. Eine Familie guckt sich hier gerade in einem amerikanischen Nationalpark. einen Seehund an. Dieser ist in besonderer Spiellaune zum Schrecken aller Anwesenden. Bei den Aufnahmen wurde zum Glück niemand verletzt und auch das kleine Mädchen wird sich wahrscheinlich in Zukunft von Seehunden fernhalten. Das letzte Video zeigt einen wahren König der Lüfte, einen goldenen Adler, der wohl einen großen Hasen am Boden sah. Obwohl, eigentlich war das kein Hase. Oh, shit! Hey, 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 hey! Oh! Hey, was der Fall, bist du correct? Oh, ja, aber da, hast du gesehen? Oh, oh, Jacob! Oh, das geht? Oh, das geht? Oh, wow! Hey, wo ist das? Oh, wo ist das? Ah, wo ist das? Ah, wo ist das? Ah, wo ist das? Das war's auch schon mit unserer Compilation. Für mehr solcher Videos würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns abonniert. Bis dahin und macht's gut! Für mehr solcher Videos 4.0 Sonst Measurement 5.0 05.0 1.5 05.0 05.0 05.0 05.0 05.0 05.0